So, hier ist er aber. So, jetzt schön Ruhe das da hin schiebe. Okay. Hinter der nächsten Tür müsste eigentlich jetzt den... Ähm, den Endboss sein. Oh, ne Fee. Okay, die hol ich mir. Yeah, mir haben die Fee gefangen. Damit kann man später heilen, wenn der Endboss besiegen sollte. Gut, dann gehen wir da mal weiter. Okay, ein paar Bombe haben wir auch wieder bekommen. Okay, jetzt sehen wir erstmal den Schlotz hier runter. So, den Endboss können wir ja diese Part noch gut besiegen. Hm, so. Ah, wir können auch die Karte sehen, wo der Endboss ist. Also, wir sind jetzt ziemlich nah ran. Von daher sag ich's mal, können wir doch jetzt mal erledigen. Wenn wir schon soweit sind. So, wir lassen erst mal herunter. Okay. Die Idee ist, bis zum Wurzel der Endboss. Wir müssen hier einfach aber erstmal die Truhe öffnen. So, das blieb ist ja sehr nett. Wir bekommen ein paar Bombe wieder. Wir haben leider nur fünf. Ich brauche insgesamt nur drei Bombe. Und genau den Endboss hier haben wir auch bei Hyrule Warriors besiegt. Damals habe ich ja gesagt, dass der Let's Play ja irgendwann beginnen werde. Und hier ist das Let's Play. So, warte mir kurz mal. Und runter. Zur Glück haben wir eine Fee. Sonst wäre der viel zu stark. Und jetzt. Guck mal, ich stelle mir, dass ich da drauf haue. Und das neue Schild kaufen wir doch besser. In die Stadt. Wir haben nicht so viel Lust da auf den Friedhof zu suchen. Weil wir haben da jetzt genügend Rubine. Und gut. Ihr geht vorbei. Gut, noch eine letzte. Verdammt. Okay, die Fee will ich doch mal behalten. Verdammt. 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 Geht der gar nicht so Okay, wir müssen etwas warten Weil die Bombe geht dann viel zu früh los Okay, der kommt da Jetzt aber Und Ah, nicht ganz besiegt Wenn wir keine Bombe mehr haben Dann kommen wir aus der Bombe an die Seite Yeah, volle Wies Ja, nicht ganz besiegt Ja, nicht ganz besiegt Ja, nicht ganz besiegt Ja, nicht ganz besiegt Okay, gut, das wäre jetzt der Endboss So, mir habe ich von Endboss Das Herstteil erhalte Und jetzt gehen wir weiter Ja, nicht ganz besiegt 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020